Seid gegrüßt, liebe Leute. Wir reagieren heute auf das News-Interview mit Sarah Wagenknecht. Wenn Sie denn regieren würden, was wären die ersten drei Sachen, die Sie abschaffen würden? Abschaffen? Normalerweise wird man gefragt, was man positiv einführt. Ja, wie sind wir so vieles produktiv? Naja gut, abschaffen kann manchmal auch produktiv sein. Also das Heizungsgesetz natürlich, auch das Verbrennerverbot, sofort würde ich kippen. Natürlich weiß ich, muss man auch auf europäischer Ebene, aber Deutschland ist nicht so machtlos, wie die Bundesregierung tut. Was würde ich noch abschaffen? Also auf jeden Fall würde ich bei der Bildung was verändern, aber eigentlich ist das keine Abschaffung. Also ja doch, das Smartphone in der Grundschule würde ich abschaffen. Ich finde, Junge. Ja, okay, ich hätte jetzt einen Verfassungsschutz genannt. Also das ist ja eine uralte Forderung der Linkspartei, die das BSW meiner Meinung nach übernehmen sollte. Und das wäre doch eine Behörde, die man ersatzlos abschaffen. Aber ja, Smartphone in der Grundschule ist jetzt sicherlich auch ein Problem, aber ich glaube nicht so akut wie der Verfassungsschutz. Also gerade Kinder, da muss man aufpassen, dass die digitalen Medien da nicht wirklich zu früh zuschlagen. Und ich würde dann vor allem auch Medienkompetenz, digitale Medienkompetenz vermitteln. Das ist ein spannendes Thema. Das würde ein eigenes Video rechtfertigen. Wir hatten jetzt gedacht, vielleicht Waffenlieferungen an die Ukraine oder sowas. Ja gut, das ist ja nicht abschaffen, sondern das hieße einfach, ich finde dringend notwendig, dass man Russland das Angebot macht, sofort keine Waffen mehr zu liefern, wenn einem Waffenstillstand zugestimmt wird. Und ich halte es für ein unglaubliches Versagen des Westens, dass man das nicht einmal versucht, sondern immer nur das Mantra vor sich her trägt. Putin will ja nicht verhandeln, aber gar nicht mal austestet, ob das wirklich so ist. Zur Ukraine kommen wir noch. Jetzt werden Sie auch ganz gerne von Kommentatoren in das populistische Lager eingesortiert. Sehen Sie sich als Populistin, wenn dann links oder rechts? Das sind halt diese Schubladen. Also die Frage ist ja auch, was ist ein Populist? Also ich habe immer das Gefühl, dass Politiker, die sehr unpopulär sind, jeden als Populisten bezeichnen, der vielleicht bei den Menschen besser ankommt, weil er auch bessere Angebote hat und auch vielleicht ein bisschen mehr Plan und mehr Kompetenz. Natürlich, wenn man populistisch negativ nimmt, im Sinne von man erzählt den Leuten irgendwie großen Unsinn, man macht unseriöses Zeug, Vorschläge, die gar nicht machbar sind. Also wenn ich jetzt sagen würde, wir würden in kürzester Zeit in Deutschland alle Probleme lösen, also top Bildungssystem, top Wirtschaftssystem, alle könnten sozusagen super leben. Ja, dann wäre das natürlich ein bisschen billig. Aber viele Dinge könnte man verändern. Es müsste nicht so schlimm aussehen, wie es jetzt aussieht. Unsere Wirtschaft muss nicht absteigen. Wir könnten unsere Industrie im Land halten. Und wenn man den Menschen das in Aussicht stellt und sagt, dann müsste sich aber das und das ändern, dann ist das eigentlich nicht populistisch. Populär ist es allerdings vielleicht, weil Menschen möchten ja doch lieber im Wohlstand leben, als sich von irgendwelchen Politikern alles kaputt machen zu lassen. Eine Definition für Populismus ist, ich habe mal ein Buch darüber geschrieben, deshalb habe ich mich damit beschäftigt, ist, dass es eine Unterscheidung gibt zwischen dem Volk einerseits und andererseits selbstgefälligen und korrupten Eliten und man diesen Gegensatz bedient. Das ist allerdings wahrscheinlich in der Linken wie in der Rechten ganz genauso verbreitet, oder? Die Frage ist ja, haben wir nicht zum Beispiel in der Politik wirklich viele Politiker, die völlig abgehoben sind, die sich völlig entfremdet haben von dem Leben normaler Menschen, die auch gar nicht mehr wissen, welche Probleme eine Familie hat, wo beide vielleicht sogar arbeiten und trotzdem haben sie Sorge, ob sie ihren Urlaub noch finanzieren können. Also wenn ich sehe, wenn eine grüne Politikerin wie Ricarda Lang gefragt wird, wie ist in Deutschland die Durchschnittsrenten und sie erzählt, dass in 2000 Euro, obwohl es in Wahrheit gerade mal etwas über 1000 Euro sind, dann ist das ein Beispiel einer abgehobenen Politik oder wenn Herr Habeck denkt, jeder könnte... Viel gefährlicher fand ich das, was Ricarda Lang danach erzählt hat. Okay, dass sie jetzt die Rentenhöhe nicht wusste, kann man sie sicherlich für kritisieren, aber ja, viel schlimmer ist, dass sie danach gesagt hat, ja, wir bekommen ja Probleme mit der Finanzierung der gesetzlichen Rente und da müssen wir uns überlegen, wie wir das lösen. Sie hat ja argumentative Grundlage dafür geschaffen, unser Rentensystem entweder an Finanzkonzerne zu verscherbeln in Form der Aktienrente oder das Renteneintrittsalter zu erhöhen. Also das ist es, worauf wir zusteuern. Erste grünen Mitglieder wie beispielsweise Daniel Bayas, also der Wirtschaftsminister aus Baden-Württemberg, die sprechen sich ganz offen dafür aus, das Renteneintrittsalter zu erhöhen. Also ist es brandgefährlich, was wir da gerade sehen bei der Rentenpolitik und da stellt sich das BSW auch ganz klar dann dagegen. Deswegen, ja, sollten wir gar nicht mal mehr auf irgendeinem Grünen eine Zahl nicht weiß oder von Ländern schwachroniert, die hunderttausende Kilometer entfernt sind, dann mag das vielleicht abgehoben oder auch lustig sein, aber die Führung, die dahintersteht und die Agenda, die dahintersteht, die ist viel gefährlicher. Das heißt, so ein kleiner Lapsus, der ist dann groß in den Medien und alle empören sich, aber die Grünen, die verfolgen eine ganz gefährliche Agenda, eine radikal neoliberale Agenda, die ein großes Finanzkonzern nützt und die unser Rentensystem auf kurz oder lang zerstören wird. Also die Grünen waren es ja auch damals schon, die zusammen mit der SPD die gesetzliche Rente radikal zusammengekürzt haben und diesen Riester-Unsinn eingeführt haben, wo große Versicherungskonzerne sich an unserem Rentensystem bereichern konnten. Also jeder vierte Euro bei der Riester-Rente landet in den Taschen der Versicherungskonzerne. Also wir sehen gerade, wie dieser Prozess jetzt mit der Ampel fast nahtlos weitergeht. Danke an Brian, den Boss und ja, Kexos, dass ihr mich hier abonniert habt. Wenn sie sich mal eben eine Wärmepumpe einbauen und mit einem E-Auto durch die Gegend fahren, dann zeigt das, dass sie einfach gar nicht mehr wissen, wie es Menschen geht, die rechnen müssen, die auch Unsicherheiten haben. Und insoweit ist das, da kann man sagen, da ist die Realität populistisch, weil es gibt diese Abgehobenheit. Es gibt Milieus, die sich abgeschottet haben gegenüber dem normalen, dem Leben von vielen Menschen, weil es ihnen relativ gut geht, weil sie relativ privilegiert sind. Und das muss man schon ansprechen. Nun ist natürlich sowas wie die Frage nach der Rente eine heimtückische Frage. Wenn man an der Regierung ist und man setzt das, wenn man es nicht weiß, zu tief an, dann redet man seine eigene Regierung schlecht. Wenn man es zu hoch ansetzt, zeigt man, dass man keine Ahnung von der Lebensrealität hat. Aber was, also gibt es ein Lager, wo Sie sich eher zurechnen würden, eher rechts oder eher links? Nun hat ja, Sie haben sich ja von der Linken getrennt, unter anderem, weil Sie zum Beispiel migrationskritischere Töne anschlagen als die Linke. Das würden viele dann als rechts bezeichnen. Ja, und genau das zeigt, wie falsch diese Labels sind. Also eigentlich war mal vor Jahren, und so hatte ich mich auch identifiziert, das tue ich auch bis heute, links, dass man sich für die einfachen Leute einsetzt. Für die, die es schwer haben, die vielleicht keine akademische Ausbildung haben, die auch wenig Bildungschancen haben, wo heute die Aufstiegschancen auch sehr gering sind, weil sie eben in Wohngebieten aufwachsen, wo die Schulen in einem desolaten Zustand sind. Für diese Menschen etwas zu tun, ihr Leben zu verbessern, das galt mal als links. Wenn ich jetzt sage, offene Grenzen für alle, jeder, der möchte, kann nach Deutschland kommen, dann verbessere ich mit Sicherheit nicht die Lebensbedingungen, gerade der Ärmeren. Es sind ja auch vor allem Menschen, das ist ja auffällig, die dann in den, sagen wir mal, in den grünen Innenstadtbezirken, wo die Mieten sehr hoch sind, die da wohnen, die sagen dann, ja, viel Migration, das hilft unserem Land und wir kriegen ja Fachkräfte. Klar, nach Berlin-Prenzlauer Berg, da wandert vielleicht der IT-Spezialist aus Indien ein. Aber in die armen Bezirke, da kommen die, die dort dann eben das Wohnungsproblem verschärfen, die auch sozusagen viele andere, wo die Infrastruktur sowieso schon überfordert ist, viele andere Probleme verschärfen. Da gibt es dann die Schulen, wo 70, 80 Prozent der Kinder bei der Einschulung kein Wort Deutsch sprechen, wo das Lernniveau dadurch sinkt. Da gibt es kulturelle Konflikte. Also wenn ich sage, ich setze mich für die ein, die es schwer haben, kann ich unmöglich eine Position haben, Migration, gerade auch diese unkontrollierte Migration, sei kein Problem, weil das wirkt sich gerade für diese Menschen ja aus und zwar negativ aus. Gehen Sie selbst einkaufen im Supermarkt und wissen, was die Dinge kosten? Keine Angst, ich mache jetzt keine Abfrage. Nein, mich hatte sogar mal im Bundestag RTL abgefragt und dann haben sie mir gesagt, ich sei eine der ganz wenigen, die es halbwegs wusste. Also klar gehe ich ab und an einkaufen. Natürlich bin ich auch froh, mein Mann nimmt mir da auch viel ab, weil ich natürlich viel unterwegs bin, viel Stress habe. Aber man sollte schon ein bisschen wissen, wie Lebensmittelpreise sich entwickeln zumindest. Und wenn da, also ich meine, das kann man sich auch anlesen, also wenn man eine Preissteigerung von über 40 Prozent hat innerhalb von anderthalb Jahren, gerade bei Milch, bei Butter, bei elementaren Lebensmitteln, dann muss ein Politiker sowas wissen und sollte die Leute dann... Ja, vor allem das Statistische Bundesamt veröffentlicht das jeden Monat. Da muss man nicht mal in den Supermarkt gehen. Ich meine, diese ganze Wirtschaftskrise, die wir die letzten zwei Jahre hatten, all das ist ja vom Verstandsamt wunderbar dokumentiert worden. Es ist ja nicht so, dass die Daten nicht da gewesen wären. Die Medien haben nur zu wenig oder gar nicht darüber berichtet. Auch die Deindustrialisierung von Deutschland. All das wurde jeden Monat völlig korrekt vom Statistischen Bundesamt gemessen und rausgegeben. Nur es stand in keiner Zeitung, dass 20 Prozent unserer energieintensiven Industrie zeitweise abgewandert waren. Nicht noch beschimpfen, wenn Sie also Ihr Schnitzel bei allen... Mittlerweile, das muss ich noch sagen, sind wir nur noch bei minus 15 Prozent bei der energieintensiven Industrie, was auch noch eine Katastrophe ist für einen kurzen Zeitraum von zwei Jahren. Bei der Gesamtindustrie sind es ungefähr auch 10 Prozent unter dem Vor-Corona-Stand und 15 Prozent unter dem Stand von... Oder nee, ich will jetzt hier keine falschen Zahlen nennen. Ich gucke euch die neuesten Entwicklungen bei D-Statis selber an. Aber das ist auch keine gute Entwicklung, was die Gesamtindustrie angeht. Die schrumpft schon seit 2018 durchgängig. ...die holen und nicht im tollen Bioladen, weil das können sich halt die meisten nicht leisten. Nun haben wir es in der Anmoderation kurz angesprochen. BSW, einzige Bewegung, soweit ich sehe, die den Namen der Chefin trägt. Ist das ein Ego-Trip von Ihnen oder warum sind Sie auf die Idee gekommen? Also eine junge Partei hat ja wirklich ein fundamentales Problem. Nämlich die Menschen, selbst die, die sagen, wir würden diese Partei gern wählen, müssen diese Partei auf dem Wahlzettel finden. Wir stehen ganz unten. Also wir werden bei dem Wahlzettel Liste 28 sein bei der Europawahl. Das ist also, da muss man ganz weit nach unten gucken, da findet man uns. Ich hoffe, man erkennt uns, weil wir haben zwar das Kürzel BSW, was viele auch noch nicht so kennen, aber dahinter steht eben Bündnis Sarah Wagenknecht. Wenn wir jetzt uns benannt hätten, Bündnis Vernunft und Gerechtigkeit, was ja durchaus ist ja auch Teil unseres Parteinamens, vernünftiger Name wäre, wäre die Gefahr, dass die Leute uns nicht finden, weil man Zeit braucht, um einen Namen zu etablieren. Also jedes Unternehmen weiß das. Wenn Sie sich Aktion genannt hätten, wären Sie vielleicht alphabetisch ganz nach oben gerutscht? Nee, wären wir nicht, weil die Logik dieser Wahlzettel ist so, dass oben kommen die Parteien, also es geht nach der Reihenfolge der Wahlergebnisse bei der letzten Wahl. Also bei der Europawahl ist eben die Reihenfolge dessen, wie beim letzten Mal gewählt wurde. Und selbst eine Partei, die beim letzten Mal nur fünf Stimmen gekommen hat, ist dann über uns, weil sie hatte immerhin dann bei der letzten Europawahl fünf Stimmen oder auch bei den letzten Landtagswahlen, da ist die Logik die gleiche. Und wir hatten null Stimmen, weil wir ja noch nicht angetreten sind. Das heißt, eine junge Partei steht immer ganz unten. Und man muss tatsächlich eben erst mal die Marke etablieren, um das mal in dieser Unternehmenssprache zu bestimmen. Und es ist wirklich selten, dass eine Partei, wir sind ja im Januar gegründet worden, doch in den meisten Umfragen liegen wir jetzt bei fünf bis über fünf Prozent. Das ist ganz selten. Also junge Parteien, gucken Sie, wie viele Parteien haben sich im letzten Jahr in Deutschland gegründet, die meisten Leute wissen das gar nicht. Die sind alle, die tauchen gar nicht auf in den Umfragen. Also das ist tatsächlich, also mein Name ist da nur der Hebel. Irgendwann werden wir das ändern. Irgendwann wird die Partei ja hoffentlich dann auch, ich meine, die ist ja gegründet worden, um zu bleiben. Die soll ja auch in 20 Jahren noch existieren. Da werde ich in Deutschland wahrscheinlich keine Politik mehr machen. Also irgendwann wird der Name sich verändern. Aber kurzfristig war es einfach, ja, ein Mittel, um den Menschen zu zeigen, wisst ihr, wofür diese Partei steht? Das ist das Programm, wofür auch Sarah Wagenknecht steht. Wenn Sie sich BVG genannt hätten, wie die Berliner Verkehrsbetriebe, wäre es keine positive Assoziation gewesen. Ja, auch das spielte eine Rolle. Aber das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Wenn Sie irgendwann mal aus einer Laune der Mitglieder abgewählt werden, ist es natürlich doof, wenn der Name an der Spitze steht. Ja gut, wir sind eine demokratische Partei. Und theoretisch natürlich könnte ich auch jederzeit abgewählt werden. Nur, ich glaube, die Menschen, die bei uns mitmachen, und das ist auch das, was wir dem Wähler ja zusichern, die stehen für das Programm, was wir haben. Und das Programm ist ja auch mit meinem Namen verbunden. Also wir wollen schon eine Partei sein, die nicht irgendwie ins Beliebige abdriftet. Deswegen haben wir ja auch eine andere Art der Mitgliedergewinnung. Also bei uns kann man nicht einfach so mitmachen, weil wir auch dem Wähler gegenüber verlässlich sein wollen. Also der Wähler soll einfach wissen, wenn er Bündnis Sarah Wagenknecht wählt, dann bekommt er auch Politikerinnen und Politiker oder auch Bürgerinnen und Bürger, viele bei uns sind ja gar nicht aus der Politik, dann bekommt er Menschen auf den Listen, die wirklich auch für das streiten, wofür ich stehe. Und nicht für Linke 2.0 und auch nicht für irgendwelche rechtsextremen Inhalte oder auch nicht irgendwie für SPD oder gar Grüne, sondern sie stehen für das Programm, was die Menschen auch mit mir verbinden. Aktuell beim Politbarometer ZDF steht BSW, glaube ich, bei 4%. Also es ist... Nee, 5. 5. 5. Aha. Also meines Wissens. Ja, wobei natürlich die Schwankungsbreite 2-3% beträgt. Also sicher sein kann man sich in dieser Marge noch nicht. Die FDP ist es jedenfalls nicht. Ja, wir sind... Also ich meine, das ist ja auch nicht so häufig. Wir sind immerhin in fast... Oder eigentlich in allen Umfragen vor einer Regierungspartei. Was natürlich daran liegt, dass die so schwach ist, aber trotzdem. Aber die Parteienlandschaft ist ja ein ganz interessantes Phänomen. Fanden Sie es richtig, dass die Union eine Brandmauer zur AfD gezogen hat? Ich finde die ganze Brandmauer-Debatte natürlich... Die hilft der AfD. Also klar bin ich auch der Meinung, und das ist ja auch das Problem der AfD. Wenn eine Partei es duldet oder hinnimmt, dass in ihr Rechtsextremisten und auch wirklich teilweise Nazis sich betätigen und das weiß die Führung. Also Frau Weidel hat vor Jahren noch dafür gestimmt, Herrn Höcke aus der Partei auszuschließen. Also sie weiß, was das für Leute sind. Sie macht aber trotzdem mit ihnen Politik. Damit stellt man sich politisch ins Aus. Das heißt, solange das so ist, kann man mit der AfD nicht koalieren. Und die CDU, hoffe ich mal, wird auch dabei bleiben. Aber immer dieses hochstilisierte Brandmauer. Und dann wird jeder Antrag, wo die AfD... Zum Beispiel, wenn die AfD im Bundestag beantragen würde, die CDU ist eine gute Partei, dann würde die CDU dagegen stimmen. Das ist irgendwo lächerlich, weil es eigentlich der AfD hilft, weil sie dadurch die anderen immer wieder vorführen kann. Also dem entnehme ich, dass Sie mit der AfD nicht koalieren würden. Aber Sie würden es auch nicht Brandmauer nennen. Ja, was heißt Brandmauer? Also ich meine, natürlich kann man sagen, Rechtsextremisten legen Brände im Sinne von geistigen Bränden. Aber ich finde, die Grünen legen auch Brände. Also sie zerstören zurzeit unsere Industrie. Also das ist ja nun auch etwas sehr Gefährliches. Und immerhin sind sie in der Regierung. Also nein, ich finde, man muss sich mit der AfD auseinandersetzen, politisch auseinandersetzen, sachlich auseinandersetzen. Und die Unsachlichkeit, die Hysterie, die teilweise mitschwingt, die ist ein wesentlicher Teil des Erfolgsrezepts der AfD. Und das verstehen irgendwie manche Politiker nicht. Ich hatte auch schon Alice Weidel hier zu Gast. Und das ist ganz interessant. Wir können mal reingucken, was die zu Ihnen gesagt hat. Aber eben, man muss sich das anschauen. Und ich finde das sehr mutig, was sie macht. Und dass sie auch den Mut hat, ihre eigene Position dort zu vertreten, sich auch zu emanzipieren. Aber das, was wir momentan eben auch sehen von dieser Bewegung, ist eher Theorie, die sich in der Praxis bewähren muss. Und dann können wir gerne weiter. Das klingt jetzt nicht nach einer Frontalabsage. Ja, also eher Theorie. Ich glaube, dass wir schon auch sehr praktisch unterwegs sind. Aber ja, also ich finde, ja okay, wenn sie sich das anguckt, was wir machen. Wir gucken uns an, was die AfD macht. Und wie gesagt, ich hätte mir gewünscht, aber das ist nicht mein Ding, dass die AfD von Anfang an darauf geachtet hätte, wen sie so alles einsammelt. Und ich glaube, die Gründer der AfD haben sich wirklich was anderes vorgestellt. Wenn ich so an Menschen wie Herrn Lucke denke, das sind ja honorige Menschen. Das sind ja keine Rechtsextremisten. Die haben sich natürlich eine andere Partei gewünscht. Deswegen sind sie ja irgendwann auch rausgegangen. Ich würde sogar bei Frau... Ja, die haben sich eine knallharte neoliberale AfD gewünscht. Und die haben sich als Kritiker der Euro-Rettungspolitik gegründet. Also die wollten eine noch neoliberalere Politik. Die wollten tatsächlich, dass man Länder wie Griechenland noch härter ran nimmt, dass die Zinsen erhöht werden und all diesen Unsinn. Also mit... Naja, die AfD hat sich einen Gefallen damit getan, dass sich solche Leute losgeworden ist. Oder so eine spekulanten Söldner wie Hans-Olaf Henkel, die mit der Finanzindustrie zusammengearbeitet haben und auch übelste neoliberale Positionen hatten. Also bei den Leuten hat sich die AfD auf jeden Fall einen Gefallen getan, dass sie die mittlerweile los ist. Das kann man nur häufig genug wiederholen. Frau Weidel davon ausgehen, dass sie eigentlich was anderes wollte. Aber sie hat sich mit der Partei arrangiert, wie sie jetzt ist. Und sie wird mit einer... Und mit dieser Partei wird eben dieses Land nicht positiv verändert werden. Das muss man ganz klar sagen. Sondern im Gegenteil. Es sind eben dort wirklich auch Brandstifter drin. Wie haben Sie denn... Danke an der Batsch für dein Prime-Abonnement. Interessant ist natürlich, dass auch schon zu Lukes-Zeiten die AfD als Nazi-Partei gebranntmarkt wurde. Also die Leute, die heute durch die Talkshows weitergereicht werden, wie Herr Meuthen, galten damals schon als nicht berührbare vom rechten Rand. Aber wie haben Sie denn in Ihrer Partei ein Auge drauf, dass Sie keine Spinner und irgendwelche Loose-Cannons drin haben? Indem wir tatsächlich nur Menschen aufnehmen, die zumindest vor Ort, die man vorher kennengelernt hat. Also jetzt nicht im Sinne, dass ich überall rumreise und geben die Handschüttle. Das kann ich gar nicht. Aber man kann sich bei uns eintragen als Unterstützer. Man kann natürlich auch Mitgliedsanträge stellen. Da wird man auch eingeladen. Wir haben jetzt viele Unterstützer-Treffen. Gerade in Berlin hatten wir vor kurzem eins mit 600 Menschen. Ich war vor kurzem in Sachsen. Da waren auch ganz viele Menschen, die Unterstützer sind. Und es gibt jetzt auch regionale Treffen. Und so lernt man Menschen kennen. Und dadurch gucken wir einfach, steht jemand wirklich auch für unser Programm? Will er das vorantreiben, was wir wollen? Ist er aber auch konstruktiv. Junge Parteien lesen eben oft auch Menschen auf, die problematisch sind, die schon fünf Parteien durchhaben, die nur ein Podium haben wollen und auch den anderen so lange auf die Nerven gehen, bis die Guten verschwinden. Und diese Menschen müssen wir halt über dieses Verfahren ein bisschen draußen halten, damit uns auch nicht Ähnliches passiert wie anderen. Also manche haben sich zerlegt, manche Parteien. Zum Beispiel die Partei die Basis. Die AfD ist nach rechts abgedriftet. Und das, was sie ansprechen, das stimmt. Also dass auch Herr Lucke schon als irgendwie als Rechtsradikaler gelabelt wurde. Aber das zeigt einfach die Unsachlichkeit der Debatte. Und das zeigt eben auch, dass man sich unglaubwürdig macht. Also wenn man den Leuten erzählt, dass Lucke ein Rechtsradikaler ist, dann hören genau die Leute nicht mehr zu, wenn man es berechtigt über Herrn Höcke sagt. Bei Ihnen ist man dann so auf Probe eine Weile mit dabei und hat dann irgendwann die Chance, eine Feuertaufe absolvierend dann zum inneren Kern mit zu gehören? Oder wie kann man sich das vorstellen? Nicht gerade Feuertaufe, man muss auch keine Mutprobe machen, sondern man muss sich einfach in das normale Parteileben einbringen. Das kann man auch schon, wenn man noch nicht Mitglied ist. Und all diejenigen, also ich finde wirklich toll, ich habe ja jetzt bei diesem Unterstützertreffen ein bisschen gesehen, wer sich bei uns engagieren möchte. Und das ist die Mitte der Gesellschaft. Das ist nicht die Diaspora. Also ich kenne das wirklich anders aus meiner Biografie, wenn ich so daran denke, die PDS oder auch die Linke, auch in einigen Westverbänden am Anfang. Das waren, also wir haben da, wir haben Handwerker, wir haben Ärzte, wir haben Pflegepersonal, wir haben Lehrer. Wir haben eigentlich alle Menschen, die so in dieser Gesellschaft sich ja auch berechtigt von dieser unsäglichen Politik, die wir haben, nicht mehr vertreten fühlen und die bei uns unterstützen wollen. Und natürlich möchten wir, dass sie auch dann Mitglied werden. Wir bitten halt nur um Verständnis, dass das eben ein längerer Prozess ist, um eben das Destruktive draußen zu halten. Jetzt haben Sie gesagt, die Grünen sind eine schlimme Partei mit der AfD, wollen sie eigentlich auch nicht. Dann bleiben jetzt Union, SPD und Die Linke als mögliche Machtoptionen? Also ich glaube, wichtiger ist, dass wir wissen, was wir inhaltlich wollen, was wir verändern wollen. Also wir wollen weder für die... FDP habe ich vergessen. Ja gut, die Frage ist ja auch, welche Parteien sind in fünf Jahren noch relevant? Also wir sind ja in Deutschland schon ein... Komisch, dass Sie darauf bei der FDP zu sprechen kommen, aber das ist sicherlich Zufall. Kann man auch bei der Linken ansprechen. Also das ist jetzt nicht mein Thema. Ich meine, die FDP wird wahrscheinlich auch nicht ganz verschwinden, aber sie ist in vielen Bundesländern eben keine Partei mehr, mit der man erstmal kurzfristig rechnen muss. Sie ist draußen aus den Landtagen, im Osten, glaube ich, fast flächendeckend bald, zumindest nach den Umfragen zu sehen. Also da verändert sich ja auch viel. Und um ehrlich zu sein, das hat ja auch was damit zu tun, wie sich Parteien aufstellen. Also auch Die Linke hat sich ja verändert. Die hatte mal fast zwölf Prozent und jetzt hat sie eben drei. Und bei der FDP ist es ähnlich. Wenn die Wähler nicht mehr wissen, wofür eine Partei steht, warum man sie wählen soll, weil es völlig beliebig ist. Also wofür steht die FDP? Ich meine, die hat bei der letzten Wahl 2021 stark abgeschnitten, relativ stark, weil sie sich zumindest teilweise auch gegen diese Lockdowns und diese Freiheitseinschränkungen der Corona-Zeit positioniert hat. Dann kommt sie in die Regierung und macht die schlimmste Ausgrenzung in der Ampel, die man sich vorstellen kann. Menschen, die von ihrem Recht auf körperliche Selbstbestimmung Gebrauch machen, fliegen aus dem gesellschaftlichen Leben raus. 2G wird flächendeckend eingeführt. Das heißt, schon damit hat sie sich völlig diskreditiert. Und dann kommen die ganzen grünen Marotten, Heizungsgesetz, die ganze unsägliche Politik gegenüber unserem Mittelstand. Und die FDP trägt alles mit. Man wird die FDP für sich in Anspruch nehmen, das Schlimmste verhindert zu haben. Sie hat ja schon das Heizungsgesetz auch so weit aufgehalten, dass es am Ende dann weitgehend entkernt wurde. Das weiß ich nicht so genau. Also das wurde immer so kommuniziert, das sei doch jetzt gar nicht so schlimm mehr, das Heizungsgesetz. Das kommt ja. Es ist ja nur aufgeschoben. Also jetzt ist die kommunale Werbeplanung kommt jetzt vorher. Aber die kommunale Werbeplanung, was heißt das? Die meisten Kommunen sind ziemlich klamm. Die können nicht irgendwie riesige Fernwärmenetze ausbauen und gar noch mit erneuerbarer Energie, auch wenn das wünschenswert wäre. Aber es gibt ja das Geld nicht. Das heißt, die werden irgendwann sagen, ja, wir haben dieses Fernwärmenetz, der Rest muss sehen, wie er sich selber aufstellt. Und dann schlägt das Heizungsgesetz zu für die eigenen Besitzer und auch natürlich für die Mieter, wenn dann der Vermieter unter Druck ist, wenn die Gasheizung irgendwann kaputt geht. Also das ist ja nicht weg. Und das ist ja aberwitzig. Ich meine, wir haben jetzt in, ich glaube, Oranienburg war das, die erste Sperrung, Stromsperrung, also das heißt, die erste Sperrung, das gesagt wurde, also die E-Autos und so, die können nicht alle ans Netz. Und trotzdem gilt dieses Wärmepumpengesetz nach wie vor. Wir fördern auch, also dafür wird Geld ausgegeben. Wenn Menschen jetzt sagen, okay, ich schmeiße meine Gasheizung raus, obwohl die funktioniert, ich baue mir eine Wärmepumpe ein, kriegt er öffentliches Geld. In einer Situation, wo die Netze überhaupt nicht ausreichend sind, um viele Menschen und viele Wärmepumpen am Leben zu halten und zu betreiben. Das ist doch eine irre Politik. Ich frage auch deshalb, mit wem Sie koalieren könnten, weil Sie, glaube ich, zu Anfang auch mal gesagt haben, in Sachsen Schlimmeres zu verhindern, könnten Sie sich auch mit der Union vorstellen. Nun gibt es in der Gesellschaft, so beobachte ich das zumindest, so ein bisschen das Bedürfnis nach einem relativ radikalen Politikwechsel. Also nicht die Varianten dessen, was jetzt gerade in Berlin dran ist, nun sind da drei in der Koalition, mit irgendjemandem, der da schon jetzt dabei ist und Frust verursacht hat, wird man künftig auch noch zusammengehen müssen, aus Sicht der Union zum Beispiel. Und die Leute, die sagen, wir wollen einen Komplettwechsel, gehen dann schnell zur AfD, weil man da einfach am glaubwürdigsten den Eindruck hat, die werfen wirklich die Stöcke zwischen die Speichen. In dem Maße, wo Sie jetzt austarieren, mit wem Sie alles könnten, machen Sie sich da nicht den Vorwurf zu eigen, dass Sie auch nur nach Machtoptionen streben, dass Sie dann Ihr Programm aufweichen müssen im Konsens und eben doch nicht eine Kraft der Veränderung sind. Also wir werden nicht der Mehrheitsbeschaffer der Union für ein Weiter-so-sein. Das haben wir auch immer sehr deutlich gesagt. Wir werden nur... Richtige Antwort. Also das war jetzt eine kritische Frage und gut, dass sie sich hier nicht rauslaviert hat. Richtige Antwort, kann man nur sagen. Also ich halte die Situation mit der CDU ehrlich gesagt de facto für ausgeschlossen. Wenn das WSW wirklich ernsthafte Veränderungen fordern wird, beispielsweise ein großes Investitionsprogramm in unsere Infrastruktur, wogegen sich die CDU immer gesperrt hat, dann wird die CDU einfach sagen, nee, da machen wir mit euch keine Koalition. Dann koalieren wir wieder mit den Grünen, mit der SPD. Und wenn es damit nicht reicht, dann machen wir halt eine Minderheitsregierung. Also das ist dann das wahrscheinlichste Szenario. Also das muss man einfach sagen. Es wird einfach an den Inhalten scheitern, selbst wenn man sich verhandlungsoffen gibt. ...in eine Regierung gehen, wenn sich wirklich grundlegend etwas ändert. Und wir schreiben jetzt gerade die Wahlprogramme, worum es uns geht, aber beispielsweise im Bildungssystem. Da muss sich erhebliches ändern. Also wir müssen irgendwann mal wieder dazu kommen und nicht irgendwann, sondern möglichst bald, dass Kinder in der Grundschule wieder ordentlich lesen, schreiben und rechnen lernen. Das ist ja banal, aber das findet heute nicht statt. Und das hat etwas mit Lehrermangel zu tun. Das hat aber auch was mit Bildungsinhalten zu tun. Also Herr Kretschmann aus Baden-Württemberg hat sich kürzlich öffentlich zitieren lassen mit der Ansicht, Rechtschreibung sei ja nicht mehr so wichtig, es gäbe ja überall die Autokorrektur. Das ist grüne Bildungspolitik. Und das muss raus aus den Schulen, sondern natürlich müssen erst mal bestimmte Fertigkeiten vermittelt werden. Also ich möchte auch, dass Kinder selbstverständlich zu selbstbewussten Staatsbürgern werden, dass sie eigenständig denken können, dass da Kompetenzen vermittelt werden. Das ist alles ganz wichtig. Aber es muss erst mal, zumindest in der Grundschule müssen, bestimmte Fähigkeiten, bestimmte Kenntnisse vermittelt werden. Das ist ein ganz wichtiger Punkt für uns. Und natürlich auch in der Wirtschaftspolitik, Mittelstandspolitik oder auch Corona-Aufarbeitung, dass da nicht so mit einem Federstrich drüber weggegangen wird, was damals passiert ist. Dass Politiker im Amt immer noch sind, die da auch Verantwortung tragen. Das kann ein Bundesland zum Beispiel machen. Also ich frage mich, wie man verantworten kann, dass bis heute nicht analysiert wurde, welche Krankheiten zum Beispiel bei Geimpften eventuell häufiger vorkommen als bei Ungeimpften. Es gibt keine Studie, obwohl es die Daten bei den Krankenkassen gibt. Und dadurch haben Menschen, die vielleicht Impfschäden haben, überhaupt keine Chance, dafür etwas einzuklagen als Entschädigung, weil sie können ja gar nicht... Es ist so, als wollte man uns da etwas verschweigen. Auch hier ist es gut, dass das BSW hier Corona-Aufarbeitung fordert. Und deswegen hat man auch Friedrich Pirna, der schon die ganze Zeit die Corona-Politik der Bundesregierung kritisiert hat, mit auf die Europaliste geschrieben. Also das finde ich auch grundsätzlich sehr, sehr gut. Nachweisen, dass es durch die Impfung ist. Also es gibt ja viele Dinge, die man verändern kann. Und auch auf Landesebene, ohne jetzt den Leuten zu erzählen, wir legen ein Budget auf, das irgendwie vom Doppelten dessen ist, was jetzt der Landeshaushalt ist. Und wir werden solche Dinge, wenn wir in eine Regierung gehen, auf jeden Fall durchsetzen. Es wird sich etwas ändern, sonst werden wir das nicht machen. Und der Unterschied zur AfD ist halt, wir können etwas, wahrscheinlich, also wir müssen es sehen, aber wir können vielleicht etwas durchsetzen, weil die CDU nicht so viele Optionen jenseits von uns hat. Wenn wir es nicht durchsetzen, dann wird es... Ja, die AfD, also ich glaube ehrlich gesagt, dass die CDU eher mit der AfD zusammenarbeiten wird, als mit dem BSW, weil man mit der AfD mehr Gemeinsamkeiten hat. CDU und AfD, die sind beide. Und die AfD hat auch weniger Probleme damit, transatlantische Politik zu machen. Also nach der nächsten Bundestagswahl, das sollte man vielleicht auch noch dazu sagen, da hat die CDU tatsächlich Optionen jenseits der AfD und auch jenseits des BSW wahrscheinlich. Wahrscheinlich werden wir da eine schwarz-grüne beziehungsweise schwarz-rot-grüne Koalition sehen. Also davon kann man ausgehen. Die CDU wird auf Bundesebene, sowohl BSW als auch AfD, wahrscheinlich von dem Füttertopf fernhalten wollen und wird auch nicht bereit sein, inhaltlich groß was zu verändern. Also eine völlig andere Außenpolitik wird es mit der CDU nicht geben. Dementsprechend wird sie wohl eher mit SPD und Grünen koalieren. Also davon kann man ziemlich fest ausgehen. Und das hat übrigens auch Maximilian Krah gesagt. Das ist sehr interessant in seinem Interview mit Thilo Jung. Und wenn das Land dann 2029 von dieser neuen Koalition so abgewirtschaftet sein wird, dass so viele Menschen wirklich die Augen geöffnet bekommen haben, von der harten Realität, ja dann wird eine andere Regierung kommen. Und dann muss das BSW gut aufgestellt sein. Dann darf sich das BSW nicht zu sehr ein Mainstream angebietet haben. Dann müssen wir noch als klare Alternative dastehen. Also darauf müssen wir uns fokussieren. Gar nicht mal auf die nächste Bundestagswahl, sondern schon auf die 2029. Wenn dann die Abrechnung mit dem nächsten Kanzler Friedrich Merz ansteht. Also das sind wirklich die wahrscheinlichsten Optionen, die wir gerade haben. Solange die CDU in allen Umfragen bei 30 Prozent steht und das bei den nächsten Wahlen bekommt, wird sich in diesem Land leider nichts ändern. Das ist leider so. Und dementsprechend würde ich da gar nicht die Hoffnung zu sehr auf die nächste Wahl legen. Wenn wir nicht in die Regierung gehen. Haben Sie zu Jahresbeginn eigentlich mitdemonstriert für Demokratie gegen rechts? Und wie haben Sie das erlebt, diese seltsame Bewegung? Also ich habe schon Respekt davor, dass Menschen sich Sorgen machen. Also wie gesagt, bei der AfD, wenn sie stärker wird, dann wird eine Partei stärker, in der es wirklich auch sehr, sehr problematische Gestalten gibt. Und da gibt es rechte Kreise und auch rechtsextreme Kreise, die sich dort betätigen. Wenn Menschen da Angst haben oder wenn Menschen auch dann auf die Straße gehen wollen, um das einzudämmen, da habe ich Respekt. Allerdings muss ich sagen, ich fand diese Bewegung sehr instrumentalisiert. Auch von der Ampel. Ich meine, dass Ampelpolitiker vorne mitlaufen, die selber mit ihrer desolaten Politik überhaupt erst die AfD so stark gemacht haben, ist zutiefst unglaubwürdig. Und ich habe auch nicht ganz verstanden, warum dieser Anlass plötzlich zu dieser Bewegung führte, weil, also es war ja dieses Treffen in Potsdam. Und ich muss sagen, mich hat dieses Treffen nicht sonderlich überrascht. Also da war ja der Herr Sellner von der Identitären Bewegung. Das ist eine rechtsextreme Bewegung. Also man kann Herrn Sellner, glaube ich, ohne Zweifel einen Neonazi nennen. Aber dass die AfD, dass bestimmte Teile der AfD enge Kontakte... Das würde ich jetzt nicht einfach so in den Raum stellen. Da würde ich Belege hin. Also das hatte ich ja auch schon in meinem Gespräch mit Proletopia gesagt. Mag es sein, wenn er rechtsradikal zeigt Belege. Und da konnte mir Proletopia jetzt nichts Gutes zeigen. Ich kenne auch nicht alle Inhalte von Martin Sellner. Aber ich finde das auch als Politiker in so einem Interview unglücklich, sowas einfach in den Raum zu stellen und einen politischen Gegner einfach als rechtsradikal zu bezeichnen. Also ich fände es schon klüger, wenn man dann argumentieren würde, was man genau für rechtsradikal hält und nicht einfach diesen Vorwurf in den Raum zu stellen. Da werden nämlich die Leute, die eher einem bisher indifferent gegenüberstanden und die eben nicht der Ansicht sind, dass Martin Sellner Neonazi ist, die werden dann eher skeptisch werden, wenn man das nicht richtig begründet. Ich meine, kann ja sein, dass der was Schlimmes gesagt hat. Ich weiß es nicht. Aber sowas sollte man nicht einfach in den Raum stellen ohne weitergehende Begründung. Zu diesen Kreisen haben, zum Beispiel Herr Krah, der jetzt auch viel in der Presse ist, der annonciert, also der bezahlt Anzeigen in dem Magazin von der Identitären Bewegung, also von Sellner. Also er finanziert die indirekt über das Europäische, über seine Budgets im Europäischen Parlament. Also ich meine, das war nicht überraschend, dass man sich da zusammensetzt. Also insoweit fand ich etwas überraschend, dass gerade das der Anlass war. Aber wie gesagt, die Sorgen, die verstehe ich schon, die Menschen da umtreiben. Aber Sie waren nicht dabei? Nein. Lassen Sie uns einen Blick auf die wirtschaftliche Lage des Landes werfen. Der Bundeskanzler hat unlängst ja bei der Hannover Messe auch drüber gesprochen, nachdem Herr Rußwurm vom Bundesverband der Deutschen Industrie gesagt hat, die ersten zwei Jahre der Ampel seien verschenkte Jahre gewesen. Und daraufhin hat Scholz dann das hier gesagt. Als wir 2022 entschieden haben, den Ausbau der erneuerbaren Energien gesetzlich im Vorrang einzuräumen, da hätten wohl die wenigsten geglaubt, dass wir diesen Turnaround so schnell schaffen. Und zugleich sorgen wir vor für Zeiten, in denen kein Wind weht und die Sonne nicht scheint. Also Olaf Scholz möchte die bisherige Ampelzeit als Turnaround-Jahre verstanden wissen. Sehr volkstümlicher Begriff. Aber in der Ampel, wenn man sich mit Leuten unterhält, trifft man oft auf so ein Verständnis, wir sind sozusagen jetzt im wirtschaftlichen Tal, weil wir gerade Anlauf nehmen für den Boom, der einsetzt, wenn unsere ganzen klimaneutrale Spitzentechnik weltweit nachgefragt wird. Ist das eine korrekte Aussicht auf die Perspektiven Deutschlands? Na ja, das ist genau das Beispiel für die abgehobenen Eliten. Also das ist sowas von weltfremd. Das ist sowas von jenseits der Realität. Also Turnaround stimmt, aber in eine Richtung, die uns ganz nach unten führt. Also wir laufen zurzeit Gefahr, wirtschaftlich massiv abzusteigen. Wir sind Schlusslicht unter den Industrienationen. Die Prognosen sind schlecht. Herr Scholz hat noch vor einem Jahr von einem Wirtschaftswunder halluziniert. Also hat erzählt, also wir würden jetzt also auf großartige Wachstumsraten zusteuern. Auch Herr Habeck hatte ja noch vor einem halben Jahr für dieses Jahr irgendwie 1,3 Prozent Wachstum angenommen. Nichts davon ist eingetreten. Und auch der Ausbau der Erneuerbaren. Ich meine, wir haben im letzten Jahr etwa die Hälfte des Stroms aus erneuerbaren Energien, das ist richtig, bezogen. Aber gut die Hälfte, da bleibt die andere Hälfte immer noch. Und dann ist ja auch der Strom, ist ja nicht unser gesamter Energiebedarf. Also der Energiebedarf geht ja weit darüber hinaus. Und insoweit ist es eben viel, viel weniger. Also wir brauchen nach wie vor fossile Energieträger, zumal wir jetzt aus der Atomenergie ja vollständig ausgestiegen sind. Und wir haben, und das finde ich eben so fahrlässig, wir haben kein Konzept, wo unser Strom in Zukunft wirklich solide herkommt, zumindest nicht, wo er bezahlbar herkommt. Also zurzeit ist der Gaspreis wieder etwas auf dem Weltmarkt gesunken. Allerdings für die Menschen ist es immer noch sehr teuer. Auch unser Strom ist ja Rekordniveau. Also zu sagen, das sei jetzt also eine brillante Bilanz, das kann nur einer erzählen, der so gut verdient, dass er diese Preissteigerung eben einfach verkraftet. Die Frage wäre ja, ignoriert die Bundesregierung, ignoriert Scholz das Wissen um die prekäre Situation oder dringt es wirklich nicht zu ihm durch? Es gibt ja eine ganze Reihe von Frühindikatoren für die Entwicklung der Wirtschaft. Da sind meistens die Grundstoffpreise mit drin. Klingt nicht sehr erotisch, aber wenn ich nächstes Jahr irgendein Produkt produzieren will, bestelle ich jetzt in der Regel die Materialien dafür. Und wenn die Grundstoffpreise, die Nachfrage sinkt, ist es meistens ein Indiz dafür, dass ich zum Beispiel nicht bauen will, wenn der Absatz von Sand und Zement zurückgeht. Der Geschäftsklimaindex geht runter. Das Konsumklima ist sehr fragil. Mit anderen Worten, es sieht düster aus. Glauben Sie, die Bundesregierung ignoriert das und predigt es schön oder dringt es wirklich nicht durch? Also ich glaube, ich will ihm nichts unterstellen, aber wenn es nicht durchdringt, muss man ihm unterstellen, dass er einfach die Realität wirklich gar nicht zur Kenntnis nimmt. Also wir hatten vor kurzem einen Aufruf der Gewerkschaft IG Metall und des Arbeitgeberverbandes, die gesagt haben, also ungefähr, es brennt. Also wir laufen Gefahr, unsere Industrie zu verlieren. Die Unternehmen wandern ab, die Investitionen sind niedrig. Also wenn das Gewerkschaften und Arbeitgeber zusammen in einem Papier formulieren, dann gehe ich davon aus, dass der Kanzler das liest. Und wenn er dann trotzdem so tut, als seien eigentlich keine großen Probleme da, dann ist das eben ein typisches Beispiel von Schönrednerei. Und das ist wirklich überhaupt nicht zu verantworten. Also wenn man solche Zahlen sieht, dann muss man dringend etwas tun. Und dass die hohen Energiepreise ein wesentlicher Grund dafür sind, dass wir wirtschaftlich jetzt so schlecht dastehen, das weiß ja jeder. Es ist nicht der Einzige. 20, also beziehungsweise 15 Prozent unserer energieintensiven Industrie sind abgewandert. Und Schule hat es gerade gesagt, beim Konsum sieht es in Deutschland sehr schlecht aus. Das heißt, auch die Binnenwirtschaft bringt aktuell keine Erholung. Obwohl die Gewerkschaften Lohnerhöhungen durchgesetzt haben. Also trotz steigender Realeinkommen konsumieren die Menschen nicht, beziehungsweise trotz nicht weiter gefallener Realeinkommen, die Realeinkommen sind ja, beziehungsweise trotz nur leicht eingebrochener Realeinkommen, die Gewerkschaften haben ja tatsächlich über die ganze breite Lohnsteigerung durchgesetzt, die tatsächlich bei der Bevölkerung angekommen sind. Das ist ja, ja, hier haben die Gewerkschaften quasi die Konjunktur mehr oder weniger gerettet. Und trotzdem, trotzdem steigt der Konsum nicht, sondern trotzdem stagniert er auf einem niedrigen Niveau, auf einem Niveau, das niedriger als vor Corona war. Jetzt stellt euch mal vor, die Gewerkschaften hätten nicht so hohe Lohnsteigerungen durchgesetzt, wie klümmes dann aussähe. Also das muss man nochmal dazu sagen. Wie sähe es auswändige Gewerkschaften nicht so gut eine hohe Lohnsteigerung durchgesetzt hätten. Ja, also das Bildungssystem ist auch einer, aber die Wirtschaft eben auch, die Energie. Welche Rolle spielt denn der Bundeswirtschaftsminister? Der macht gerade Schlagzeilen. Wir sehen, glaube ich, hier das Cover von der aktuellen Cicero-Ausgabe. Da geht es darum, dass die Akten aus dem Ministerium, die das Magazin Cicero herausklagen musste, obwohl es eigentlich nach Transparenzgesetzgebung ein Anrecht darauf gibt, sie zu bekommen, dass aus diesen Akten hervorgeht, dass man beim Ausstieg aus der Atomenergie die Expertise der Fachebene gewissermaßen nicht nur ignoriert hat, sondern Staatssekretäre dann am Schreibtisch saßen und haben gesagt, das passt mir jetzt nicht, das schreibe ich einfach mal ins Gegenteil um. Und hinterher hat man es öffentlich verkündet. Das erschüttert natürlich das Vertrauen in das Funktionieren wenigstens von Fachkunde bei der Bundesregierung. Also welche Rolle spielt Habeck? Wie haben Sie auch diese Geschichte erlebt? Die reiht sich ja eigentlich ein in eine ganze Folge von Fehlentscheidungen. Und im Wirtschaftsministerium, also das hatte man ja schon gemerkt, also nicht nur bei diesen merkwürdigen Verflechtungen mit bestimmten Lobbyorganisationen, Stichwort Herr Greichen, sondern es war ja immer wieder so, dass im Wirtschaftsministerium oft bestimmte Leute jetzt sehr viel Macht bekommen haben, die quasi Habecks Politik bestimmen. und die ganz normalen Beamten wenig gefragt werden. Ich meine, Habeck hat ja am Anfang sogar wohl die Leute dort bedroht. Also wer noch sozusagen, da gab es ja mal die Debatte, können wir weg vom russischen Gas? Und wer da noch irgendwie quasi einen Bericht machte, dass das doch etwas schwierig wird, den hat er also irgendwie damit bedroht, dass der Verfassungsschutz sich den mal genauer anguckt. Also das sind ja schon merkwürdig. Das ist merkwürdig, das ist dystopisch. Also ja, ihr merkt es, die Beamten werden auf Linie gebracht, nicht nur bei Nancy Faeser, auch bei Robert Habeck. Nancy Faeser hat Recht eingeführt, was ja jeden Beamten dazu zwingt, nachzuweisen, dass er verfassungstreu ist, was also die Unschuldsvermutung abschafft. Und ja, Habeck hat im Wirtschaftsministerium anscheinend den Verfassungsschutzbund zum Kritiker einzuschüchtern. Also das ist auch krass. Die Verhältnisse, die da im Wirtschaftsministerium herrschen, und da passt das eigentlich dazu. Also mich hat das nicht jetzt sonderlich vom Hocker gerissen. Aber es zeigt natürlich, dass das überhaupt nicht so geht, also dass er auch sein Ministerium nicht im Griff hat. Und das ist ein Erklärungspunkt für die schlechte Politik, die wir da erleben. Hat Habeck beim Atomausstieg das Land getäuscht? Ja, offensichtlich. Also entweder wurde er selber von seinen eigenen Leuten getäuscht, also er hat das ja dann wiedergegeben, was sie aufgeschrieben haben, oder er hat es bewusst gemacht. Aber egal, welche dieser Varianten, die eine ist so schlecht wie die andere. Also ich meine, ich bin auch kein großer Fan der Atomenergie, sage ich ehrlich, weil es ist eine sehr riskante Technologie. Aber dass man in der damaligen Situation, wo man so eine fragile Energieversorgungssituation hat, dass man da nicht noch drei Meile abstellt und einfach hofft, dass es, wie es ja dann teilweise kam, dass uns die Nachbarländern eben entsprechend Strom auch dann zur Verfügung stellen, dass der Winter milde wird, auch der nächste Winter, also jetzt der letzte milde wird, dass es einfach bestimmte Dinge gibt, die dann dazu führen, dass wir immer noch genug Strom haben. Das war schon fahrlässig. Dem entnehme ich aber, dass sie die Atomkraftwerke nicht sofort wieder anschalten würden, wenn sie Zugriff darauf hätten. Also ich weiß nicht, ob die jetzt noch anschaltbar sind. Also das müssen Technik... Nee, es ist zu spät. Also ja, das sagen alle Techniker. Und wer soll das bezahlen? Also die werden gerade abgebaut. Ja, das ist zu kompliziert. Das hätte man früher entscheiden müssen. Und Leute, die sich auskennen, erklären, es ist ja bei Atom nicht so, dass man da mal eben abbaut und wieder aufbaut, sondern da müssen ja technische Standards ständig gewartet werden. Da muss ja ständig darauf geachtet werden. Also ob das jetzt noch möglich wäre, ein Jahr nach dem Ausstieg, ich glaube, die sind doch im Abbau. Also die sind ja teilweise gar nicht mehr einsatzfähig. Ja, die Kreisläufe werden mit Säure gereinigt. Und dann sind, glaube ich, die zentralen Kreisläufe so schnell nicht wieder in Betrieb zu nehmen. Aber würden Sie es denn für glaubwürdig halten, dass der Minister nicht gewusst hat, bei so einem zentralen Projekt, was da unterhalb von ihm im Ministerium passiert? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Also ich weiß es nicht. Also bei Habeck halte ich alles für möglich. Aber wie gesagt, das eine wäre, ich spreche genauso gegen ihn wie das andere. Also dass er bewusst täuscht, spricht gegen ihn, wenn er es gar nicht weiß und nicht weiß, was in seinem Ministerium los ist, ist das jetzt auch nicht gerade Ausweis einer besonderen Befähigung zum Wirtschaftsministerium. Glauben Sie eigentlich, dass das zentrale Projekt der Ampel und das zentrale Projekt der Grünen vor allem überhaupt funktionieren kann? Diese Transformation zur Klimaneutralität bedeutet ja im Kern nichts anderes, als dass wir sozusagen der kompletten Volkswirtschaft die energetische Basis unter dem Haus wegziehen und eine neue Basis drunter legen. Nun sagen selbst die Top-Ökonomen der Bundesregierung, auch im Rat der Wirtschaftsweisen, dass man durch den Austausch dieser Investitionsgüter und der Energiebasis keinerlei Wertschöpfung schafft, sondern man tauscht lediglich die Art der Energie aus. Mit anderen Worten, wir investieren Milliarden da rein, eine tragende Säule der Volkswirtschaft auszutauschen, ohne dadurch irgendeinen Mehrwert zu generieren. Kann das funktionieren? Ich glaube, dass es technisch mit den heutigen Technologien nicht funktioniert. Also wir haben ja zum Beispiel keine wirkliche Speichertechnologie, die funktioniert, die nicht einen großen Verlust auch hat an Energie und ohne Speichertechnologie geht das mit Sonne und Wind sowieso nicht. Außerdem ist auch die Frage, auch der gesamte Energieverbrauch, der ist ja sehr hoch, zumindest bei einer modernen Volkswirtschaft, wenn wir die bleiben wollen. So viele Windräder können wir nicht aufstellen und so oft scheint die Sonne nicht. Im Winter haben wir im Grunde Solarstrom fast gar nicht, weil da sind die Tage kurz und eben oft Wolken verhangen. Das heißt, wir müssten ja theoretisch, wenn wir mit den heutigen Technologien und ohne Atom und ohne Fossile, müssten wir das ja im Winter fast vollständig über Windräder lösen. Das geht nicht. Also da gibt es ja auch einfach Analysen dazu, dass man so viel nicht aufstellen kann. Das heißt, wir brauchen neue Technologien. Aber dass das vielleicht perspektivisch mit Fusionsreaktoren, mit anderen Technologien gehen könnte, es wäre ja schon wünschenswert, auch von den fossilen Energieträgern unabhängig zu werden, schon schlicht, weil wir die gar nicht haben im Land. Also wir sind ja abhängig davon, dass sie uns geliefert werden. Das heißt, hier neue Energieträger zu haben, ist nicht nur für die Frage des Klimawandels relevant, sondern wäre schon auch für uns eine stärkere Unabhängigkeit. Also ich glaube, die Forschung in andere Energietechnologien, die ist sehr, sehr wichtig. Und da sehe ich eigentlich auch das große Manko. Wir haben viele Sachen, ich meine auch eine neue Generation von Solarzellen, die dann diffuses Licht besser verarbeiten können, wäre ja auch etwas. Ja, wir hatten das alles mal. Viele dieser Technologien sind mal in Deutschland am Anfang erforscht worden. Wir waren da bei manchem sogar Weltspitze, auch bei Wasserstofftechnologie. Und das wird ja immer weniger wirklich auch an Forschungsleistungen vorangetrieben. Die Chinesen sind inzwischen, übernehmen das weitgehend. Und das ist einfach ein Prozess, das ist der Weg in den Abstieg dann. Also glauben Sie an die Energiewende oder ist das ein grünes Märchen? Also ich habe erlebt, wie, oder was heißt erlebt, ich sehe, wie sich Wirtschaft und Technologie in den letzten 50 Jahren massiv verändert haben. Und ich denke schon, dass wir das Anliegen von Umweltschutz, das Anliegen auch von Klimaschutz, dass wir die ernst nehmen müssen. Allerdings auch nicht einseitig nur auf das CO2 gucken. Also ich meine, wenn wir zum Beispiel alle Wälder mit Windrädern vollstellen und auch Naturschutzgebiete, dann mag das zwar für die Energiewende gut sein, für die Umwelt und für die Lebewesen, die dort leben, kann das katastrophal sein. Also wir müssen schon Umweltschutz komplexer denken. Aber dass wir versuchen müssen, andere Technologien zu entwickeln, halte ich für richtig. Ich halte das sogar für auch volkswirtschaftlich sinnvoll. Weil wenn wir da nach vorne kommen, dann haben wir Exporterfolge. Ich meine, Deutschland hat die sogenannten Hidden Champions, also Unternehmen, die Weltmarktführer sind, in bestimmten Hochtechnologiebereichen. Und davon bräuchten wir eigentlich noch viel mehr und nicht weniger. Zurzeit nimmt das ja eher ab. Also Forschung in neue Technologien, ja. Und unbedingt auch durchaus staatlich gefördert und staatlich begünstigt. Aber nicht irgendwelche ideologischen Konzepte, die gar nicht funktionieren können, am Ende unsere Wirtschaft kaputt machen und den Wohlstand im Land zerstören. Das auf keinen Fall. Ja, absolut richtige Ansage. Vor allem diese Differenzierung zwischen Klimaschutz und Umweltschutz. Umweltschutz ist mehr als wir sparen CO2. Weil Wälder abholzen und dann da Windkraftanlagen hinstellen hat, hat das mit Umweltschutz zu tun, beispielsweise. Lassen Sie uns einen Blick werfen auf die Meinungsfreiheit im Land. Es gibt eine Allensbach-Kurve. Wir sehen die hier, wo das Institut Allensbach seit den 50er Jahren... Ich ziehe vielleicht mal mein Bild zur Seite, dass ihr auch die Frage sehen könnt. Die Frage lautet, haben Sie das Gefühl, dass man heute in Deutschland seine Politik frei sagen kann? Oder ist es besser, vorsichtig zu sein? Und rund 44 Prozent sagen, es ist besser, vorsichtig zu sein. Und 40 Prozent sagen, man kann frei reden. Das ist klasse Entwicklung. Also in den 70er Jahren sah das Verhältnis noch 83 zu 12 aus. Also das passt auch zu so ziemlich allen Berichten, die man aus dieser Zeit hatte. Also man könnte sagen, dass BSW will, was Meinungsfreiheit angeht, wieder zurück in die alte Bundesrepublik der 60er, 70er, 80er und 90er Jahre. Also damals waren die Zeiten hier noch viel entspanntere als heute. Also man sieht hier mit dem War on Terror in den 2010er Jahren, also in den 2000er Jahren schon einen leichten Anstieg, was Einschränkungen der Meinungsfreiheit angeht. Und richtige Explosionen dann mit dieser ganzen Walkisierung und der Flüchtlingswelle und dem Ukraine-Konflikt. Also es gab ja schon seit 2014 diesen Ukraine-Konflikt. Dann in den 2010er Jahren. Und 2023, was hatten wir da neu? Da hatten wir zwei Jahre Ukraine-Konflikt, aber den hatten wir schon 2022 und Nahost-Konflikt. Das war da neu. Also der richtige Einbruch, was Meinungsfreiheit angeht, ist tatsächlich hier so direkt bei der Corona-Zeit zu sehen. Corona, Ukraine, Nahost. Also da sieht es ganz schlecht um die Meinungsfreiheit aus. Und ja, mit diesem Eindruck haben viele Leute recht. Wir hatten vorhin Habeck, der auf missliebige Beamte den Verfassungsschutz ansetzt. Wir hatten Nancy Faeser, die das Beamtenrecht reformiert hat. Wir sehen, dass pro-palästinensische Demonstrationen überall in Deutschland verboten werden. Das ist seit Corona völlig normal, dass Demonstrationen missliebiger verboten werden. Wir sehen, dass Mitarbeiter in öffentlichen Verwaltungen oder auch in Privatunternehmen, die sich nicht konform äußern, dass denen der Job gekündigt wird. Der Diagonie-Präsident hat schon gesagt, dass man AfDler nicht beschäftigen will. Also wir sehen eine immer totalitärere Geisteshaltung, eine immer weitergehende Einschränkung der Meinungsfreiheit, dass jeder, der irgendwie vom Mainstream abweicht, rausgeschmissen wird. Wir sehen Bankkundigungen, Kontenkündigungen von Oppositionellen. Also die Verhältnisse, die entwickeln sich in einem wirklich rasanten Tempo in Deutschland, gerade zum schlechteren. Und dieser Eindruck, den viele Menschen hier haben, der ist leider durchaus richtig. Ob die Menschen der Ansicht sind, man kann seine Meinung frei sagen oder aber man müsse eher vorsichtig sein. Und die Kurve derjenigen, die sagen, man müsste eher vorsichtig sein, ist 2023 das erste Mal relativ deutlich über die Kurve bestiegen. Von den Leuten, die sagen, ja, kann man alles machen. Verstehen Sie das? Ist das ein Klima, was Sie auch so erleben? Ja, das ist ja völlig nachvollziehbar, weil es gibt ja immer mehr Druck. Ich meine, es ist ja auch kein Zufall, dass 2021 das erste Mal die fast identisch waren. Das war ja die Corona-Zeit. Wo ja auch massiv jeder, der irgendwie von der Regierungsmeinung abwich, war dann ein Querdenker, ein Schwurbler, ein Rechtsextremer. Und wir haben das jetzt bei vielen Themen. Also wer sagt, Waffen beenden keinen Krieg, der ist irgendwie ein Putin-Troll. Oder wer eben zum Beispiel auch diesen Ideen der Grünen widerspricht, der ist eben dann auch rechtsextrem. Und es gibt bei so vielen Themen keine offenen Themen. Das Video hat Neitern gesehen und, also das Interview hat Neitern bestimmt gesehen und gedacht, hm, Sarah Wagenknecht kritisiert, dass so eine kleine, grün geprägte Elite andere Leute hier als rechtsextrem diffamiert. Jetzt diffamieren wir einfach alle BSWler als rechtsextrem. Also falls ihr das noch nicht gesehen habt, Neitern hat so einen völlig irren Vortrag gehalten, wo er erklärt, wieso wir alle rechtsextrem sind. Kein Scherz, schaut euch die Reaktion gerne an, das ist auch auf meinem Kanal. Danke, Karim, dass du ein Abonnement hier verschenkt hast. Debatte mehr. Und es gibt nicht nur, sagen wir mal, dass sich so der öffentliche Meinungskorridor verengt, sondern es gibt ja auch immer mehr wirklich Repressionen. Also wir haben einen Verfassungsschutzpräsidenten, der stellt sich hin und sagt in der Presse, also nicht nur strafbare Meinungen seien sozusagen ein Problem, sondern auch Meinungen, die sich zwar im Korridor befinden, aber irgendwie, die er dann vielleicht als radikal labelt. Und er hat ja auch von Frau Felser Befugnisse bekommen, sogenannte Radikale, was auch immer das ist, dann in ihrem persönlichen Umfeld anzuschwärzen. Wir haben jetzt eine Reform beim Beamtenrecht, dass auch Disziplinarverfahren gegen Beamte erleichtert werden, nicht mehr über Gerichte laufen müssen. Da müssen die sich dann wehren dagegen. Aber das ist ja Druck. Oder wir haben bei vielen kleinen Vereinen, ich erlebe das, wenn die jemanden einladen, der jetzt nicht irgendwie sich so im Mainstream bewegt, dass sie teilweise dann auch Druck bekommen, ob sie noch mit öffentlichen Geldern gefördert werden. Oder wir haben es auch in den Universitäten. Viele Assistenten haben befristete Verträge. Wenn die irgendwie auffällig werden und sei es auch nur, dass sie sich konsequent weigern zu gendern, kann das bedeuten, dass sie nicht weiter in dem Bereich arbeiten können. Und mir schreiben auch oft Lehrer zum Beispiel, dass da auch so Druck gemacht wird, wer da nicht ins Narrativ passt, dass der sehr schnell, also sehr schnell, aber dass zumindest dann die beruflichen Aussichten auch wirklich beschränkt werden. Und das ist ja etwas, was man in einer freien Gesellschaft eigentlich überhaupt nicht dulden darf. Also das ist das Gegenteil von Liberalismus. Zumindest sollte halt der Preis für die freigeäußerte Meinung nicht so hoch sein, dass man sie sich dann lieber verkneift. Aber Sie haben Haldenwang gerade angesprochen, als nun jemand, der die Verfassung im Innern schützen sollte. Sollte er sie kennen, ja. Das wäre eine gute Voraussetzung für den Job. Aber würden Sie ihn entlassen, wenn Sie die Möglichkeit hätten? Es ist also doch massiv. Er beobachtet unter anderem in einem persönlichen Dossier seinen Vorgänger. Naja, entlassen, also er ist ja rückengedeckt, er macht das, was Frau Faeser möchte. Also so gesehen kann man jetzt sagen, er ist ein treuer Obrigkeitsmann, der also brav das umsetzt, was die Ministerin verlangt. Und also ich meine, insoweit wäre es ein Bauernopfer, ihn zu entlassen. Da sollte man lieber über die Innenministerin reden, die ja auch also wirklich immer wieder mit Vorschlägen... Also man kann es sich einfach machen, der Verfassungsschutz muss weg. Und natürlich muss auch Nancy Faeser weg. Also das ist eine Katastrophe, was die Frau da angerichtet hat. Der Verfassungsschutz, der muss als Behörde abgeschafft werden. Das kann man sich viel einfacher machen. Also das Problem ist nicht Haldenwang, das Problem ist, dass wir einen Inlandskeheimdienst haben, der gegen die Opposition vorgeht. Also so einen Inlandskeheimdienst haben die wenigsten anderen westlichen Länder. Also das ist in Deutschland wirklich was Einmaliges. Realisiert, die eindeutig auf eine Einschränkung der Meinungsfreiheit hinauslaufen. Oder vor kurzem ist mir aufgefallen, da gab es eine grüne Abgeordnete, die also in einem YouTube-Video fröhlich erzählte, also sogar Wahrheit, also korrekte Dinge können Desinformation sein, müssen dann also entsprechend auch verfolgt werden, weil sie, wenn sie in einem falschen Kontext stehen. Also wo hört das auf? Also das ist wirklich, das ist nicht, also wir müssen raus. Also das ist ein neuer Autoritarismus, der so aus einem Grünen, auch SPD, gut CDU macht das auch mit, aber aus diesem Milieu kommt. CDU-Mitglied. Ja, also ist da nicht besser. Gut, also dem entnehme ich, Sie würden ihn nicht entlassen, sondern nur die Maximen ändern. Ja, zumindest würde ich vorher die Innenministerin entlassen, dann kann man auch über ihn reden. Gut, das muss... Verfassungsschutz komplett abschaffen. Also da hätte es ruhig klar sagen können, wir brauchen diese Behörde nicht. Also da hätte sie gar nicht sagen müssen, ja, also in der Luft muss Fäser aufwägen. Nach Verfassungsschutz aufräumen. Krieg... Durch komplett gestrichen werden. Und dann später, ein bisschen ist ja noch bis zur Bundestagswahl, wegen der Ukraine-Politik haben Sie ja auch Klarstellung bezogen und sind auch heftig angefeindet worden. Sie haben damals mit Alice Schwarzer zusammen eine große Demonstration organisiert. Muss man da dann einfach durch oder empfanden Sie das irgendwie als unangenehm, wie das Echo darauf war? Ja, es war ja ein zweigeteiltes Echo. Auf der einen Seite hatte das Manifest für Frieden, ich glaube inzwischen ist es bei über 900.000 Unterzeichnern. Das ist ja schon sehr, sehr viel. Also ganz viele Menschen haben sich dem ja angeschlossen. Es waren viele Menschen auch auf der Kundgebung. Also insoweit war es ja auch ein sehr positives Echo. Aber in Teilen der Medien, auch in Teilen der Politik wurden wir in einer Weise beschimpft. Und wie auch, also und man hat ja auch dadurch versucht und ein bisschen auch erfolgreich, mich in eine Ecke zu stellen, in die ich nicht gehöre. Also ich habe in meinem Leben Putin nicht die Hand geschüttelt. Ich kenne den Mann nicht. Und meine letzte Reise nach Russland war irgendwie 1986 zur Abiturfahrt oder 1988 zur Abiturfahrt. Also ich habe nicht jetzt irgendwie eine Vorliebe für russische Politik und ich halte die dortige Gesellschaft für autokratisch. Aber plötzlich ist man dann ein Russland, also russlandnah, nur weil man sagt, ein Krieg kann nicht dadurch verändert, dadurch beendet werden, dass man immer mehr Waffen liefert, sondern für Verhandlungen wirbt. Also das war schon eine sehr, sehr üble Kampagne, die da gefahren wurde und auch bis heute. Also es ist ja immer wieder so. Ja, und das BSW sollte sich darauf vorbereiten, dass bei den Kampagnen nochmal zwei Level umgelegt werden. Also das BSW sollte sich auf noch viel härtere Vorwürfe, auf noch viel schlimmere Vorwürfe vorbereiten. Also wir sehen ja, was bei dieser Korrektivgeschichte gegen die AfD passiert ist. Wir sehen, was man da gerade Maximilian Krah an Spionage anzuhängen versucht. Völlig lächerlich. Also da waren, das sagt man, Informanten des Verfassungsschutzes, ein Ehemaliger, und da fällt einem anderthalb Monate vor der EU-Wahl ein Mensch, den könnten wir ja mal festnehmen. Das gibt schlechte Presse für die AfD. Auf solche Kampagnen von dieser Intensität sollte sich das BSW vorbereiten. Sobald wir in Umfragen besser dastehen, sobald wir zu gefährlich werden, wird das auch gegen uns unternommen werden. Wir sollten uns auch auf Kontensperrungen und auf Sperrungen unserer Social-Media-Kanäle vorbereiten. Also all das wird passieren. Also ja, Wagenknecht hat es hier beschrieben, schon bei dieser Friedenskundgebung, wo es gar keine parteipolitische Verankerung gab, sondern wo sich einfach nur zwei Frauen, sie und Alice Schwarzer, gesagt haben, so wir organisieren jetzt mal eine Friedensdemo, da gab es schon so eine Kampagne. Also das BSW sollte sich darauf vorbereiten, dass da noch viel, viel schlimmere Kampagnen auf einer viel, viel größeren Ebene gegen ist, vorbereitet werden. Wenn jemand, also wenn der Mütze nicht im Bundestag sagt, und das ist ja eigentlich eine banale Wahrheit, wir dürfen nicht nur darüber reden, wie man einen Krieg führt, sondern sollten auch mal darüber nachdenken, wie man ihn beendet, dann wird der Mann ja auch beschimpft, als wäre er jetzt sozusagen der Pressesprecher Putins. Also das ist wirklich so übel, weil dadurch verbaut man sich ja auch den Weg, ernsthaft zu überlegen, wie beenden wir diesen Krieg, wie beenden wir dieses furchtbare Sterben dort. Das, was viel Kritik hervorgerufen hat an der Äußerung von Mützenich, war ja das Schlagwort einfrieren, weil es im Prinzip suggerierte, wir fixieren die Fronten so wie sie jetzt sind und dann gucken wir mal, ob die sich einigen, dann kriegt Russland so ein bisschen was von der Ukraine und dann werden die schon zufrieden sein. Ja, das wird passieren. Also die ukrainische Ostgrenze, die wird sich nach Westen verschieben. Wer was anderes erzählt, der streut den Leuten Sand in die Augen und ja, der will nicht, dass sie so gut sind. Also wenn du solche Kompromisse von vornherein ausschließt, dann muss offensichtlich weitergekämpft werden. Ist das eine Friedenslösung, die Sie sich vorstellen können? Einfrieren heißt ja erstmal nur als ersten Schritt, die Waffen schweigen, man fixiert die Frontlinie und man verhandelt. Und in den Verhandlungen muss man dann natürlich versuchen, zum Beispiel zu erreichen, dass dort UN-Beobachter in die besetzten Gebiete gehen können wieder, dass es auch vielleicht ein UN-beobachtetes Referendum gibt, wo die Menschen selbst entscheiden können. Das kann man ja alles in Verhandlungen versuchen durchzusetzen. Aber wenn man sagt, wie die Ukraine, das ist ja ihre Position, erst müssen die Russen sich komplett zurückziehen. Selensky fordert ja, dass sogar als Voraussetzung von Verhandlungen die Schwarzmeerflotte von der Krim abgezogen wird, die ja dort seit 200 Jahren stationiert ist. Wenn man solche Voraussetzungen für Verhandlungen formuliert, dann bedeutet das, dass Verhandlungen in den nächsten 20 Jahren nicht stattfinden werden. Aber wäre denn für sie ein Frieden denkbar, wo die Ukraine... Kurzes Update, vor Avdevka sind zwei ukrainische Verteidigungslinien gefallen. Russland ist in Orietsche, ich hoffe, ich spreche das richtig auf, so einem Ort, der da, wie gesagt, ein bisschen westlich von Avdevka ist, eingerückt und könnte noch weiter vormarschieren. Und dann droht ein großer russischer Durchbruch. Das ist die aktuelle Lage an der Front. Also es wird für die Ukraine immer schlimmer, je länger dieser Krieg dauert. Es finden schon Kämpfe im Stadtgebiet von Shaziv-Jahr statt. Wenn Shaziv-Jahr fällt, dann ist das nächste Ziel Kramatorsk. Also Kramatorsk und Sloviansk sind die letzten zwei Städte im Donbass, die Russland noch nicht erobert hat, die letzten zwei großen Städte. Und ja, das sieht nicht gut aus für die Ukraine. Also man kann sich drehen und wenden, wie man will. Man kann sich sagen, okay, ich wünschte, die Ukraine würde gewinnen. Das wird nicht passieren. Die Realität auf dem Schlachtfeld sieht anders aus. Und es sind schon ein paar hunderttausend Menschen gestorben. Wie viele müssen noch sterben, damit der Westen endlich bereit ist zu verhandeln? Denn Russland ist zu Verhandlungen bereit. Das kann man ziemlich klar sagen. Wagenknecht sagt es ja auch. Es geht um US-Militärstützpunkte. Das ist das russische Problem. Die NATO-Mitgliedschaft der Ukraine. Wenn der Westen sagt, die Ukraine bleibt demilitarisiert, die Ukraine bleibt neutral, dann ist Russland auch zufriedenbereit. Danke an Karim, dass du wieder ein Abonnement verschenkt hast. Du bist ja heute echt fleißig. Ich denke, in diesem Krieg geht es weniger um Land als um die Frage von US-Militärstützpunkten. Also es war immer der Hauptzankapfel, ob die Ukraine ein militärischer Vorposten der USA wird. Das haben die Russen auch immer wieder, also nicht nur Putin, das haben auch westliche Diplomaten immer wieder als den Hauptstreitpunkt analysiert, der Russland auch, der von Russland moniert wird. Also da geht es, vor dem Krieg waren 4000 NATO-Soldaten schon in der Ukraine stationiert. Es gab, wie wir jetzt wissen, das ist ja vor kurzem veröffentlicht worden, zwölf Geheimdienstzentren der CIA direkt an der russischen Grenze. Es gab gemeinsame Manöver im Schwarzen Meer. Es hätte vielleicht irgendwann auch oder könnte Raketenstützpunkte geben. Und das hat Russland immer als Bedrohung empfunden. Ob wir das jetzt legitim finden oder nicht, ist überhaupt nicht wichtig. Also als Begründung für den Überfall das zu nehmen, dann müsste man auch gegen die Raketen, die... Oh Gott, oh Gott. Es geht nicht um das als Begründung, also als moralische Begründung. Es geht darum, was sind die russischen Interessen. Und Russland hat kein Interesse daran, dass die Ukraine zu einem Vorposten der NATO wird. Punkt. Und Russland ist eben bereit, das durch militärische Maßnahmen zu verhindern. Also deswegen hat es nach dem Putsch, der 2014 in Kiew stattfand und der von der NATO unterstützt wurde, deswegen hat Russland da die Krim annektiert. Also die NATO tut etwas, die NATO versucht vorzurücken und Russland reagiert. Und genauso ist das auch beim Ukraine-Krieg. Und da kann man das russische Vorgehen jetzt moralisch bewerten, wie man will. Es ist völlig egal, wie man das moralisch bewertet. Russland hat Interessen und die ist es bereit, auch militärisch, auch gegen die NATO zu verteidigen. Und wenn man nicht will, dass das militärisch ausgetragen wird, ja, da muss man halt verhandeln und auf die russischen Forderungen eingehen. Wir können ja eigentlich auch jetzt nicht sagen, als Europa, uns passt nicht, dass die Russen so einen großen Einfluss in Weißrussland haben. Zieht die mal ab, sonst marschieren wir in Minsk ein. Ja, ich sage doch nicht, Sie reagieren jetzt genauso reflexhaft, wie immer wieder reagiert wird. Ich sage nicht, dass das eine legitime Begründung ist. Also dieser Krieg ist völkerrechtswidrig und ich verurteile den. Die Frage ist aber doch, wie wir ihn beenden. Und selbstverständlich würden, also das nur nebenbei, wenn jetzt Mexiko mit China ein Militärbündnis eingehen würde. Und in Mexiko wären schon 4000 chinesische Soldaten stationiert und es wäre sozusagen perspektivisch, würden dann Manöver dort in Mittelamerika stattfinden. Weiß ich nicht. Oder das heißt, ich weiß es schon und Sie wissen es auch, wie die USA reagieren würden. Die würden sich das nicht angucken. Das ist trotzdem nicht legitim. Jedes Land ist souverän, das stimmt, aber so ist die Welt nicht. Und deswegen hätte ich es besser gefunden. Man hätte versucht, im Vorfeld diesen Konflikt auszuräumen. Das ist nicht geschehen und jetzt müssen wir gucken, wie beenden wir ihn. Also wollen wir ernsthaft um die Frage einer ukrainischen NATO-Mitgliedschaft in Kauf nehmen, dass noch zehn Jahre lang Waffen geliefert werden, junge Soldaten an der Front sterben. Das ist doch der pure Wahnsinn. Und außerdem wird es... Ja, das ist der aktuelle Plan der USA. Die USA bekämpfen Russland bis zum letzten Ukrainer. Ich glaube, so kann man es zusammenfassen. Die Ukraine hat jüngst das Einberufungsalter in die Jameer, ab dem man zwangsrekrutiert wird, auf 25 Jahre gesenkt. Mittlerweile können selbst Frauen, die eine gewisse medizinische Ausbildung haben, nicht mehr aus der Ukraine ausreisen. Also das Land blutet nach und nach aus und hat keine Soldaten mehr. Und die USA, die werden weiterkämpfen, bis halt keine Ukrainer mehr übrig sind. Und dann werden sie sich irgendwann wahrscheinlich doch gezwungen sehen, Kompromissfrieden zu schließen. Aber so lange versuchen sie halt, möglichst viele Russen zu töten und ihre eigene Rüstungsindustrie wieder ins Laufen zu bringen. Und sich auf den großen Krieg gegen China vorzubereiten. Also das ist der aktuelle Plan. Es wird wahrscheinlich sowieso zehn Jahre nicht mehr gehen, weil der Ukraine die Soldaten ausgehen. Also die USA liefert jetzt nochmal ein Riesenpaket Waffen. Aber die Soldaten sind nicht da. Und deswegen hatte der Macron in dem Punkt sogar recht. Also wenn man wirklich das bis zum Ende durchstehen will, dann müsste man Bodentruppen schicken. Weil die ukrainischen jungen Männer immer mehr auch ins Ausland flüchten. 600.000 wehrfähige Männer sind ja in der Europäischen Union als Flüchtlinge. Also eben haben sich entziehen, sich dem Militärdienst. Und wollen wir ernsthaft auch mit Bodentruppen, wollen wir, dass der Krieg irgendwann zu uns kommt? Der kann ja immer mehr eskalieren. Und deswegen finde ich, einfrieren und dann verhandeln ist die einzige Option. Die Frage ist, was am Ende dann als Friedenslösung rauskommt. Also ob es diese Ukraine dann noch so geben wird. Weil natürlich am Ende steht immer die Frage, hat Putin am Ende irgendeinen Erfolg, den er nach Hause trägt? Ja, der Erfolg wäre die Neutralität der Ukraine. Also im Grunde wäre es Neutralität gegen Rückzug. Wie weit das, also in Istanbul hat man das ja so verhandelt. Also die Istanbuler Verhandlungen, die sind ja nochmal jetzt die Papiere in Foreign Affairs besprochen worden, also in der US-Zeitschrift. Und dort war ja der Tenor. Eigentlich war das ein relativ, also für die Ukraine wäre es ein vorteilhafter Friedensschluss gewesen. Also das, was jetzt so auf dem Papier schon da war. Und sie haben ja damals die Verhandlung abgebrochen. Also eigentlich ging das genau in die Richtung. Also es war noch nicht endgültig, aber dass die Ukrainer schon Land wieder bekommen hätten. Die Russen hätten sich zurückgezogen. Parallel hätten sie aber als Kompromissangebot eben auf die NATO-Mitgliedschaft, sprich auf US-Militärbasen, US-Raketenbasen verzichten müssen. Das wäre ja ein Weg gewesen. Nun ist heute die Ukraine in einer viel schlechteren Verhandlungsposition. Ich meine, das müssen wir auch mal sehen. Die ganzen Waffenlieferungen haben ja nicht dazu geführt, dass die Position sich verbessert hat. Sie hat sich verschlechtert. Ob das noch so einen Friedensschluss gäbe wie damals, ich weiß es nicht. Aber wenn man es nicht versucht, wird sich die Position nur weiter verschlechtern. Würden Sie sich eigentlich eher als linke Politikerin oder eher als rechte Politikerin? Schade, schade. Ich dachte, er stellt noch ein paar Fragen zum Ukraine-Krieg. Aber ja, das ist genau das, was ich gerade gesagt habe. Die Ukraine verliert diesen Krieg, sie blutet immer mehr aus. In ukrainischen Konsulatien kriegt man keine neuen Pässe mehr. Also Ukrainer, die im wehrfähigen Alter sind, die müssen in die Ukraine zurückreisen und werden dann da zwangsrekrutiert. Und die kriegen dann im Ausland Probeschimmer, wenn eben ihre Papiere nicht verlängert werden. Also das ist die Situation. Und Wagenknecht hat es gesagt, wenn man die 600.000 Ukrainer wieder zurück in die Ukraine bringen würde, dann würde dieses Land vielleicht noch ein bisschen durchhalten. Aber es wäre eine einzige Katastrophe. Also gewinnen kann die Ukraine diesen Krieg nicht mehr. Sie kann ihn nur noch verlängern. Und ja, dem Westen ist es auch relativ egal, ob die Ukraine diesen Krieg gewinnt. Der Westen will Russland möglichst lange hinhalten und dann den eh unvermeidlichen Kompromissreden schließen. Und die Frage ist, ob das aufgeht, da Russland gerade an der Front vormarschiert und die Unterstützung für die ukrainische Regierung in der Bevölkerung immer weiter nachlässt. Wie gesagt, die Menschen wollen nicht kämpfen. Also fangen sie langsam an zu protestieren. Wie können Sie den jenseits der Parteinamen betrachten? Also ich war lange Zeit eine überzeugte Linke. In dem Sinne, wie ich das vorhin definiert habe, für soziale Gerechtigkeit, für die Menschen, die es schwer haben, halte ich auch das, was Linke fordern, nach wie vor für sinnvoll. Aber das, was heutzutage als Links gelabelt wird oder was die Linkspartei vertritt, das hat mit einem Einsatz für Menschen mit wenig Einkommen eben nichts mehr zu tun. Das sind abgehobene Debatten über irgendwelche Sprachfragen, über radikalen Klimaschutz, der gerade die Ärmeren am meisten dann auch schädigt, wenn alles verteuert wird, über Migration, offene Grenzen für alle. Wenn das Links ist, bin ich keine Linke, weil damit habe ich nichts zu tun. Nun galt es eigentlich gerade immer auf der Linken als eine der Lehren aus dem letzten Jahrhundert, dass man sich nicht spalten lassen darf. Und jetzt hat sich die SPD von der Linkspartei abgespalten oder umgekehrt. Und jetzt spalten Sie sich nochmal von der Linken wieder ab. Also ist nichts draus geworden mit der vereinten Linken. Ja, weil einfach das, was heute linke Politik in diesen vermeintlich linken Parteien ist, ist ein Politikangebot, was viele Bürger aus gutem Grund nicht wollen. Ich meine auch die SPD, was ist da linke Politik? Also wenn man das als linke Politik ansieht, wie gesagt, dann brauchen wir keine linke Politik im Land. Sondern das ist ja eher das Gegenteil, auch Bürgergeld. Ich meine, wir brauchen eine gute Arbeitslosenversicherung für Menschen, die schuldlos, arbeitslos werden. Die müssen aufgefangen werden, die müssen abgesichert werden. Das ist völlig richtig. Aber schon der Begriff Bürgergeld ist ja völlig falsch. Wir brauchen nicht ein Geld für Bürger. Und wir brauchen vor allem zum Beispiel höhere Mindestlöhne, damit Menschen wirklich auch, wenn sie eine Arbeit bekommen, eben auch besser gestellt sind als Bürgergeldempfänger. Also das sind einfach Dinge, also was die SPD macht, also die Art Politik braucht das Land nicht. Und in dem Sinne bin ich auch nicht, also damit habe ich nichts zu tun. Deswegen nutzen wir auch dieses Label nicht. Wir haben keine linke Partei oder keine linke 2.0 auf den Weg gebracht. Wir sind eine Partei für wirtschaftliche Vernunft. Ich halte das für sehr, sehr wichtig, dass man sich auch für den Mittelstand einsetzt. Das war so in dem klassischen Linken in der Regel kein großes Thema, dass man auch wirtschaftlich für Wettbewerb sich einsetzt. Wettbewerb und Markt kommen immer mehr unter die Räder in unserer sogenannten Marktwirtschaft. Wir haben ja immer mehr Märkte, die nicht funktionieren, wo wenige große Unternehmen so dominant sind, dass sie Preise setzen können und dass die Kleinen abhängig sind und unter die Räder kommen. Das war für mich schon lange ein wichtiges Thema. Das habe ich auch in meinen Büchern immer wieder zum Thema gemacht, weil Wettbewerb ist ein wichtiges Instrument, auch für den Konsumenten. Aber wenn Wettbewerb nicht mehr funktioniert, wenn der Markt eigentlich nur noch von wenigen Großen dominiert wird, dann pervertiert die Marktwirtschaft. Und teilweise erleben wir das heute. Wann hat denn diese Entfremdung mit der Linkspartei angefangen? Hat das mit Personen zu tun oder mit irgendwelchen inhaltlichen Wegmarken, Wendemarken? Nein, es hat vor allem, also Person und Inhalt ist ja nicht zu trennen. Also Parteien werden ja von Personen geprägt. Und wie gesagt, das bezieht sich ja auch nicht nur auf die Linkspartei in Deutschland. Viele linke Parteien europaweit sind diesen Weg gegangen, dass sie sich nicht mehr für die elementaren Interessen, gute Löhne, ordentliche Renten, soziale Sicherheit eingesetzt haben, sondern plötzlich dann sich auf Feldern betätigt haben, wo der Normalbürger sagt, um Gottes Willen, also haben die keine anderen Probleme. Also Riesendebatten über irgendwelche Sprachgeschichten, wo man auf einmal diskriminierend ist, einfach weil man normale deutsche Rechtschreibung und Grammatik benutzt und nicht irgendwelche blöden Ideen, die da einige haben, wie man jetzt reden muss. Oder eben auch... Ja, oder das Wort dürft ihr nicht mehr verwenden, das Wort dürft ihr nicht mehr verwenden. Also es ist eine unglaubliche Verarmung unserer Sprache, die hier von so einer kleinen Walken-Elite vorangetrieben wird. Jeder, der sich dem nicht anschließen würde, ist gleich Rassist, Transfeind, Rechtsradikal oder sonst irgendwas. Auch solche Sachen, Migration, das war ja ein großer Disput, auch in der Linken 2015, 2016, wo ich öffentlich gesagt habe, ich kann das nicht mittragen, dass wir hier sagen, Grenzen auf und jeder, der möchte, kann kommen, weil wir auch damals schon gesehen haben, wie viele Probleme das mit sich bringt. Ich muss aber trotzdem noch fragen, weil natürlich die kommunistische Plattform ein markanter Punkt in ihrer politischen Vita ist. Was ist eigentlich von diesem Kommunismus übrig geblieben? Also der klassische Kommunismus mit der Enteignung der Großkonzerne und so weiter, dem Macht der Partei neuen Typs und so weiter. War das ein Irrweg? Sind Sie da jetzt auf einem anderen Trip? Ja, also ich meine, Menschen verändern sich. Also das, was Sie beschreiben, das waren Positionen, die ich so in den 90er Jahren vertreten habe. Da war auch eine gehörige Portion Trotz dabei. Also ich war ja in der DDR gar nicht irgendwie besonders systemtreu, sondern ich habe ja in der DDR Schwierigkeiten gehabt, weil ich den Staat kritisiert habe, ich durfte dann nicht studieren. Und dann kam die Wende. Und damals hatte ich gehofft, das sage ich auch ehrlich, dass die Wende dazu führt, dass die DDR sich reformiert. Das war meine Hoffnung so. Da ist nichts draus geworden, sondern die DDR wurde der Bundesrepublik angeschlossen. Und dann habe ich erlebt, wie viele von denen, die mir vorher noch erzählt haben, Erich Honecker sei also irgendwie ein Friedensheld, alles in die Tonne getreten haben, was DDR war. Und da habe ich damals aus einer Trotzhaltung heraus Dinge gerechtfertigt und auch öffentlich gesagt, die natürlich jetzt nicht besonders gereift waren. Weil ich meine, ich war Anfang 20. Also das ist halt auch, wenn man den Kanzler, gucken Sie sich mal an, was Herr Scholz mit Anfang 20 alles so erzählt hat. Also natürlich vertrete ich das nicht. Scholz gehört zum Mainstream, dem werden solche Fragen nicht gestellt. Es ist relativ einfach. Ja, und einen Punkt habe ich übrigens sogar schon damals. Also dieses Konzept einer zentralisierten Planwirtschaft, wo eine Behörde jeden Schuh plant, das habe ich sogar in den 90er Jahren nicht vertreten. Das habe ich immer für fragwürdig gehalten. Ich war immer für eine Leistungsgesellschaft, ich war immer für Leistungsanreize, aber ich habe damals schon noch mehr gedacht, dass das auch mit einer stärkeren, also mit Staatseigentum möglich ist. Inzwischen, ich finde zum Beispiel die Idee viel charmanter. Es gibt ja eine Unternehmerinitiative, die vertritt das sogenannte Verantwortungseigentum. Ich finde das einen sehr, sehr interessanten Ansatz, weil wir haben ja schon ein Problem, wenn große Unternehmen immer mehr von Finanzkonzernen beherrscht werden, von Finanzinvestoren, und die massiv darauf drücken, nicht nur, dass maximale Rendite gemacht wird, sondern dass vor allem auch ganz viel ausgeschüttet wird. Also BASF zum Beispiel schüttet mehr aus, als sie Gewinne machen. Das Geld ist nicht mehr im Unternehmen, kann nicht mehr investiert werden. Und wir sollten schon gucken, dass wir einen Rechtsformen ermöglichen, wo das Geld, was im Unternehmen erwirtschaftet wird, was auch als Gewinn gemacht wird, ein Unternehmen braucht Gewinn, doch viel stärker im Unternehmen bleibt. Das ist bei familiengeführten Unternehmen oft eher der Fall. Bei diesen börsennotierten Unternehmen mit Finanzinvestoren im Nacken ist das eben nicht der Fall. Und das schadet auch. Das schadet dann am Ende der gesamten Volkswirtschaft. Verantwortungskapital ist ein sehr kompliziertes und komplexes Thema. Müssten wir möglicherweise dann doch noch mal vertagen. Ich würde ganz gerne noch zum Thema Migration ganz kurz hören. Sie sind ja gewissermaßen auch ein Migrantenkind. Ihr Vater kam aus dem Iran. Und Sie haben das ja auch erlebt, dass man in einer Sonderposition ist. Aber wie nehmen Sie denn die Veränderungen in Deutschland durch Migration wahr? Wenn Sie durch Thüringen reisen, wo Sie geboren sind, oder auch im Saarland, um mal eine ganze Spannweite aufzumachen. Also zum einen gibt es natürlich immer auch Migration in offenen Gesellschaften. Und man sollte jetzt nicht so tun, das ist ja zum Beispiel das Problem bei einigen in der AfD. Also so ungefähr Nationalität ist eine Frage des Blutes. Also das ist ein wirklich rassistischer Ansatz. Also wenn ich sage, man ist nur deutsch, wenn man deutsch geboren ist und zwei deutsche Eltern hat. Also das ist wirklich aberwitzig. Nationalität ist eine Frage. Es war bis 1999, also das, was einige in der AfD fordern, das neue Staatsbürgerschaftsrecht, das war bis 1999 in Deutschland geltende Rechtsordnung. Also das klingt mir jetzt etwas pauschal formuliert. Also ich will jetzt Sache hier nicht zu unterstellen. Aber der Logik wären ja CDU, SPD, Grüne, Grüne nicht, Grüne haben ja damals nicht regiert. Aber CDU, SPD, FDP, alle rassistisch gewesen. Also das war ja, mal gilt eine Gesetzeslage in Deutschland. Das wurde ja erst von Rot-Grün geändert. Also wie gesagt, das ist mir zu pauschal ausgedrückt. Das ist eine Frage der Kultur. Und deswegen kann man selbstverständlich in ein Land gehen und dort, wenn man gut integriert ist, auch ein Teil dieser Gesellschaft werden. Viele Migranten sind das ja geworden. Also es gibt ja viele, die in Deutschland auch sind und die sind gut integriert und die arbeiten und die sind fleißig und die sind auch eine Bereicherung. Und das, finde ich, muss man auch immer wieder sagen, weil das ja gerade diese unkontrollierte Migration, die wir jetzt haben, natürlich oft auch Ressentiments schürt, die dann vielen ehrlichen Migranten sind. Weil ich gefragt wurde, was das ist, das ist Tee tatsächlich. Oder irgendein Kräutertee. Ich weiß gar nicht mehr, was da drin ist. Migranten das Leben schwer macht. Aber wir müssen aufpassen. Es ist eine Frage natürlich, ob Integration gelingt und ob Integration überhaupt gewollt wird. Und wenn es natürlich, sagen wir mal, Milieus gibt, die sich immer mehr abschotten gegenüber der Mehrheitsgesellschaft, wo quasi die Ablehnung der westlichen Kultur, auch der hiesigen Kultur, identitätsstiftend ist, dann hat das nichts mehr mit einer Bereicherung zu tun, sondern dann kriegen wir Probleme. Und das haben wir schon in einem Umfeld bestimmter, auch stärker, radikaler, islamistischer Moscheen. Wir haben es in bestimmten Stadtbezirken, wo einfach sehr, sehr viele, also wo da mehr Migranten fast wohnen als Einheimische. Und da funktioniert Integration nicht mehr. Und das spaltet die Gesellschaft. Zum Schluss noch einen ganz kurzen Blick auf Ihre Partei. Wenn man sich anguckt, Ihr Mann Oskar Lafontaine hat die SPD verlassen, der geht es heute nicht besonders gut. Er hat die Linke verlassen, der geht es auch nicht besonders gut. Könnten Sie sich vorstellen, wie es ausgeht, wenn er Bündnis Sarah Wagenknecht verließe? Ich glaube nicht, dass er Bündnis Sarah Wagenknecht verlassen wird. Und Sie müssen natürlich auch sagen, als er diese Parteien verlassen hat, zumindest bei der SPD, bei der Linken war es anders, da hatte er ja lange keine Funktion mehr. Die SPD hatte gerade geschafft, nach sehr vielen Jahren wieder den Kanzler zu stellen und eine Regierung anzuführen. Das hatte ein bisschen was auch damit zu tun, mit seinem Wirken als Parteivorsitzender, würde ich sagen. Es gab dann eben inhaltliche Konflikte. Und ich denke schon, auch wenn das einem immer wieder vorgeworfen wird, das gilt auch für andere Politiker. Also ich habe mehr Respekt vor Politikern, die bei ihren Überzeugungen bleiben, selbst wenn die Partei in eine andere Richtung abbiegt, und dann vielleicht auch die Konsequenz ziehen, als vor dieser Art Politiker, die wir massenhaft haben, die ihr Fähnchen nur nach dem Wind hängen, die immer nur gucken, was die Leute um sie machen und was karrierefördernd ist. Und wenn die SPD für Waffenlieferung ist, dann sind sie für Waffenlieferung. Und wenn die Grünen für Krieg sind, dann sind sie für Krieg. Obwohl sie vielleicht früher mal das Gegenteil vertreten haben. Diese Art Politiker, die brauchen wir eher weniger. Welche Rolle spielt denn Oskar Lafontaine bei BSW? Büroleiter, Strippenzieher, Erklärer? Was ist er da oder ist er ein einfaches Mitglied? Er ist Mitglied und er ist jemand, wo ich sehr dankbar bin, dass wir viele Dinge auch diskutieren und dass er mir wichtige Hinweise gibt. Letzte Frage. Ja, und er ist in Medien präsent. Die Leute kennen Oskar Lafontaine, sie mögen ihn. Und er ist in zahlreichen Formaten zu Gast. Ich sage das auch immer wieder, auch seine Arbeit mit alternativen Medien ist sehr, sehr gut. Er schreibt in den Nachdenkseiten. Er war in einer großen deutschen Talkshow, ich glaube, bei Maischberger. Und ein paar Tage später war er bei Daniele Ganser. Und auch da hat er hunderttausende Klicks bekommen. Also das ist sehr gut, was der Mann macht. Ich würde andere hochrangige BSW-Politiker auch gerne häufiger in alternativen Medienformaten sehen, wie das bei Oskar Lafontaine der Fall ist. Der wurde ja auch schon zweimal von Punkt Preradovic interviewt. Das ist sehr, sehr gut, finde ich, das. Ihr Markenzeichen sind ja diese Kostüme, diese, sagen wir mal, sehr seriös wirkenden Outfitte. Und dann gibt es immer wieder Leute, die fragen, wo kaufen Sie? Hat das eine bestimmte Strategie? Bei der Kanzlerin wollte man immer wissen, welche Farbe jetzt gerade für welchen politischen Inhalt steht. Haben Sie irgendeine Vorliebe oder irgendeinen Ausstatter? Ich habe keinen richtigen Ausstatter. Allerdings habe ich eine wirklich sehr sympathische Boutique in Saarbrücken. Und die Inhaberin schreibt mir dann immer mal, wenn sie ein Kostüm wieder hat oder ein Jäckchen, wo sie denkt, dass es mir passen könnte, schickt sie. Ja, ich glaube, damit schließen wir ab. Also die Kleiderwahl, das ist jetzt, glaube ich, nichts, was wir in der Reaktion hier noch verarbeiten müssen. Gutes Interview von Sarah Wagenknecht. An manchen Stellen fand ich ihre Aussagen etwas zu pauschalisiert. Da ist sie in einem Interview immer schwierig, wenn du spontan auf Fragen antworten musst. Gutes Interview. Ja, wir werden bestimmt noch auf viele weitere reagieren. Es ist wichtig, dass sie im Wahlkampf möglichst präsent ist. Finde ich auch gut, dass sie mit einem Format wie Nius spricht. Ja, okay, sie ist jetzt die Vorsitzende. Sie hat am meisten zu tun. Sie wird am meisten von Medien angefragt. Also noch mehr präsent sein kann sie wahrscheinlich nicht. Ich würde auch andere hochrangige BSW-Politiker gerne häufiger in alternativen Medienformaten sehen, hatte ich ja eben gerade schon gesagt. Aber ja, gut, dass Wagenknecht sich hier stellt und schönes Interview. Also auch die Fragen von Schuler, die fand ich durchaus fair. Also ich mag ja Nius nicht, vor allem die Finanzierung. Da mit Frank Gotthardt, also diesem CDU-Milliardär, sehe ich alles sehr kritisch. Aber das Interview, das haben sie gut gemacht. Fairer als das, was in den Öffentlich-Rechtlichen überall der Fall ist. Das muss man, glaube ich, auf jeden Fall sagen.